Mit toller Musik, aber schlechter Soundqualität starten wir in Folge 19 oder 20. Ich bin gerade unsicher. Auf jeden Fall in der nächsten Deadpool-Folge. Er speichert. Das heißt, es kommt gleich irgendwas. Ja, können wir rüber. Ich frage mich, wie wir da hinkommen sollen. Ich meine, man könnte höchstens aus dem Fenster springen. Ops. Genau, so kommt man auch wieder hoch. Ob wir das schaffen? Sind sie jetzt weg? Ja. Okay. Geschickt. Die Musik ist aus. Jetzt ist sie wieder an. Jetzt ist sie wieder aus. An. Aus. Okay, wir müssen da runter. Eindeutig. Wupp. Und da kommen wir wieder hoch. Die Musik wird immer lauter. Oh, okay. Okay. Jetzt mit Ninjas Slice- und Eis-Attack! Insta-Kill! Nein, ich misse dich nicht. So, und einer ist runtergefallen. Wie so oft. Macht nix. Der Hund ist aber immer noch irgendwo in der Nähe, oder? Rat dich einfach mal. Moment, warum wird's hier so dunkel? Ich hab Angst. Wow, das ist wirklich, wirklich freaky. Ich könnte sagen, dass ich dich von jemandem kenne. Haben wir uns in der Lehr-School zusammengekommen? Stabby, stabby! Oh, okay. Oh, okay. Erstmal kurz heilen. Oder auch nicht. Ich hab gesagt, keilen. Ja gut, lass mich in Ruhe. Oh, Mann. Ja, aber nicht, indem ihr gegen die Wand schießt. Ja, ja. Ich komme. Au. Sie tun schon ordentlich weh, immer wieder. So. Weg damit. Hoch da. Weiter. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Oh Gott. Da ist noch einer. Das sind jetzt wieder mal zwei. Warum? Nein. Ich wollte wegporten und nicht kontern. Wieso ist das jetzt die gleiche Taste? Ja. Ich rede davon schon nicht mehr. So. Nochmal. Jetzt wissen wir, dass es viel zu... Sterben. 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 Nein. Ach Gott. Ok. Wir können uns nicht wirklich verstecken. So. So, das macht die Sache aber wenigstens einfacher. So. Wir machen irgendwie kein Momentum gut. Das ist nicht schön. Ja. Moment. Keine versteckten Sachen. Oh, Heim und Studios, er enttäuscht mich. Mit dem Feuer stehen kann ich auch noch. Zeige den X-Men, wie es gemacht wird. Okay. Ah, das Fahrrad. Und jetzt? Oh Gott. Oh. Aerodynamik stabilizer. Activated. Ha ha ha. Carpool lane buddy. Seated and comfy. Advanced propulsion systems. Online. Ah. Ah. Of course. We need fuel. Ach, deswegen die Banane. Noch ein bisschen Bier. Passt schon. Once this baby hits 69.9 miles per hour. Okay. Oh my God. What's that over there? Das haben wir also gebaut. Ja, genau. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, was das soll, aber... Ja. Es war ein Job. Ich alma. Dann will ich mich nicht. Dr das ist echt genial gewesen ohne schaß fände ich super oh man auf die Entfernung keine Chance ah ich habe ihn getroffen das macht nicht wirklich schaden das geht ich will die los haben ich mag die nicht ich mag die überhaupt nicht vor allem nicht wenn ich machen muss was ich demnächst machen muss oh komm stirb doch einfach verdammt ja so genau wir hüpfen da jetzt einfach mal total gekonnt drüber obwohl ich keine Ahnung abbruch hin muss nein oder auch nicht wieder ganz von vorne weck mich ok ein bisschen aufs Timing achten sollte ich jetzt nämlich nicht sondern jetzt der Höhenunterschied von den Dingern ist teilweise echt mies so wie hier so ok zack hi das war leicht irgendwo ist da oben schon da ist immer wieder einer der rumhängt so ich sag doch der muss weg nieder nieder tada ein bisschen Zeug eingesammelt irgendwo hängt hier noch einer rum aber ich weiß nicht wo ich habe ihn noch nicht gefunden denn da ist er hey was ist dein Blatt kannst dich nicht verstecken keep moving to the citadel so citadel irgendwie achso das große in der Mitte da hinten lang nee das kann nicht sein da hoch komm ich auch nicht hoch oder ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch wo ich hin soll so wirklich ich denke mal darüber aber da ist nirgends ein Weg ich bin mir sicher ihr habt schon einen Weg gefunden ich nicht dafür habe ich das hier gefunden oh Moment das bringt mir gar nichts das ist ja super das ist wirklich super ich habe keine Ahnung wo ich hin muss das macht Sinn okay okay ich screw's nicht ab au ja wenn er es natürlich selber ach nö wie weit geht das eigentlich okay es würde vielleicht reichen aber nicht auf der richtigen Höhe so 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 schlecht bin ich gar nicht das sieht irgendwie richtig aus wow maul da oben und dann nochmal ein hammer aufs gesicht da ist ja das war noch ob da dagegen kannst du noch gar nichts kein ding, ich rotze euch einfach so weg wie sie alle in die schüsse reinrennen sehr schön alle weg und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt deadpool mit sarkoos